So, jetzt kommen wir zur letzten und zur dritten Aufnahme. Und dieses ist es mal mit der Fellmütze. Ihr seht schon, das sieht ganz lustig aus, das Mikrofon. Also es handelt sich um das Universal Zoom Windscreen WSU-1. Das Teil, alter Schwede, hart, ganz schön extrem. Ne, also, was heißt extrem, aber es sind schon deutlich Haare, die mal auf dem Boden zu finden sind. Und beim Festmachen müsst ihr darauf achten, dass ihr nicht die Play-Taste mit eindrückt, weil das ja eine universelle ist mit diesem Gummizug, ohne eben halt diese Taste, also hier dieses Bändelchen, dass es nicht so anfängt zu schlagen, wo dagegen, ich hab's so ein bisschen bei dem Mikrofonknopf, es hält sich in Grenzen halt. Aber wir schauen mal, wie gut es den Wind- und Nebengeräusche halt abdämpft. Also ihr hört mich jetzt reden, da könnt ihr euch jetzt selber ein Ort halt bilden. Und ich werde jetzt mal den Ventilator anschmeißen, wieder. Gut, ihr seht ja schon, wie gut oder wie schlecht es ist. Also ich finde, das hält sich auch ganz gut. Vielleicht ist es noch ein Ticken besser als das Schaumstoffteil für den Zubehörer selbst. Ich denke mal, jetzt werdet ihr nämlich wieder besser hören. Also, der Schaumstoff ist nicht schlecht und hier die Fellmütze ist nicht übel. Das müsst ihr selber entscheiden, was legt ihr euch zu. Ich finde den Schaumstoff so für Interviews in Raum ganz vernünftig. Die Fellmütze ist klar für draußen, wenn es doch sehr stürmt, ist sie schon eher dafür gedacht. Und sie schirmt auch sehr gut ab, wie ich finde. Also die zwei Sachen haben definitiv ihre Daseinsberechtigung. Da kann ich klare Kaufempfehlungen geben. Jetzt müsst ihr nur entscheiden, holt ihr euch jetzt nur wie in diesen Schaumstoff das ganze Set. Oder reicht euch hier die Fellmütze. Ich hoffe, euch haben meine kleinen Testvideos gefallen. Und ich, ja, tu jeden Abonnenten willkommen heißen. Jedes Kommentar nehme ich gerne auf und versuche jetzt immer schnell zu beantworten. Und, ja, das soll es auch gewesen sein. Und tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020